ARD Text im Auftrag von Funk Checker, checker! Na, hey, wie geht's? Sehr gut. Selber? Mit dem HP ist alles in Ordnung. Na klar, warum? Im Moment braucht er dich gerade, verstehst du? Also, gerade jetzt. Wir können jetzt nicht kommen und den Leuten das rauszählen. Das geht uns einfach nicht. Can you find a moment where we can be together alone? We have to stop this. It's for your dream. Also, können Sie meine Targini sprechen? Mit der Frage, dass sie die ganze Welt essen könnten. Was ist das mit dir? Äh... Bereit. 40'000? Ja. Was geht dir das eigentlich an? Es ist meine Bitte! Das geht mir etwas an! Warte mal, du hilfst mir jetzt! Pass auf, was sagst du. Du gehst einfach zu ihr auf. Super ehrlich. Und handelst sie oben runter. Weisst du, wie lange der Nano-Deal eigentlich schon in der Pipeline drin ist, wo nichts passiert, hm? Du bist in der Notlage und ich bin in der Notlage. Tett vor Tett. Okay. Ganz oben versuche ich, unseren Arzt zu reden zu verstehen. Jetzt hat er das beim Vogel erzählt. Du profitierst von seinem Tat, verstehst? Du profitierst von seinem Tat, verstehst?